Guck mal, geh mal hier, du bist ein schmächtiges Männchen, du kannst da echt was absahnen, da ist gerade echt jede Menge Futter hier, genau dahinter. Jetzt hilfst du dem Loser auch noch. Ja, Mann, ja. Wenn die so schwarze Beine haben, fressen sie nichts. Die fressen schon, aber sie werden einfach nicht fett. Ja, wenn er schwielt, dann schwielt er. Immer, die sind aber immer schwarz. Ey, die ist ja wohl viel fetter als Diggi, ey, kannst du, die ist ja viel fetter. Naja, Diggi hat ein, Diggi ist breiter, sie ist ein Stückchen, ey, sie ist ein Stückchen länger, okay. Sie ist vielleicht einen halben Zentimeter länger, aber Diggi ist breiter. Guck sie auch von oben an, kannst du genau sehen. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Ja, Diggi ist Diggi. Okay, ja, sorry, ey. Guck sie mal an, hier von hier. Genau. Diggi hat eine schöne, runde Gefroschbombe. Diggi hat strammere Beine, ey. Dann schenke ich noch einen ins Rennen hier. Was willst du denn hier fressen? Bist du noch nicht satt, oder was? Du bist doch nicht satt. Ja, die ist auf jeden Fall größer als die andere noch. Das war's aber. Hier gibt's nur noch die behinde Dame. Und die Menschen sind eh kleiner. Ja, die, jetzt vergisst Diggi das Fressen, weil's oben so schön warm ist. Du kommst so schön warm und der Kleine klopft von drüben. Und du kommst dir noch zu. Das ist einfach so heiß. very wahrscheinlich lieux ist. Ich verstehe das auch mal. imar es auch für null. Das war's für heute. Und du kommst mal da. Das war's für heute.